Also, ähm, ich werde jetzt ein kurzes Gedicht vortragen. Es trägt den Titel, also vorher wollte ich noch sagen, es hat nichts mit dem Thema Queer zu tun. Es trägt den Titel Ja, Nein. Ich muss dies und das noch machen. Angefangen beim Aufräumen bis hin zum Wäsche waschen und mich selbst mal waschen. Anfangen die T-Shirts in den Schrank mal packen. Ja, nein. Dann aber das Bett mal machen. Ja, nein. Nein. Irgendwie fühlt mir die Motivation. Dann zuerst Musik anmachen. Ja. Aber was? Ja, auch die Motivation zum Musik aussuchen fehlt. Sie ist einfach nicht da. Also wieder Ja. Nein. Keine Musik. Ja. Nein. Nein. Nein, eigentlich will ich das alles doch gar nicht. Eigentlich will ich rausgehen, schöne Dinge sehen und frei sein und high sein. Und das Chaos der einen soll nur einerlei sein. Ich will Sachen machen, die kein anderer macht, weil jeder lacht. Ha! Als ob sie das schafft. Doch dann staunen sie und raunen sich zu. Was hat ihnen Mut? Die Frau ist echt gut. Ja. Nein. Denn ich sitze hier und reime mir vor, was wäre, wenn ich alles schaffe, was niemand macht. Alle sagen Ah und Oh. Und ich denke, ja. Ja. Nein. Ich bin nicht gut. Mir fehlt der Mut. Ich kann nicht klettern, kann kaum kriechen, kann so gerade aufrecht gehen, ohne dabei auch wirklich gut auszusehen. Ich bin weder high noch frei und das Chaos daheim ist mir leider alles andere als da einerlei. Mein Körper beginnt zu beben, dieses Gefühl kurz vorm Weinen. Ja. Nein. 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 Vielen Dank.